Meine Pfeile sind ja auch drin. Ja, war auch drin. Geil. Wird morgen im Hintergrund entstehen. Oh, wie scheiße. Ich schmeiß noch ganz weit nach oben. So, jetzt geht's los. Gut, komm. Und Zweiter daneben. Na, Erster. Hey, was ist denn hier? Mach nicht die Tasterdruck ab. Wollt ihr den ganzen Tischmüll hochhauen? Oh, Mann. Stützfeste Gescheide. Du musst ja besser auf Boden legen wieder, ne? Da hab ich noch einen, ne? Ja, vorletzte. Ja, da steht's immer. Da steht's. Ja, ist das einfach. Und wer nimmst du jetzt? Und, Gourmet. Wo ist denn? Solltest du hier nicht einkassieren? Ist weg, ist weg. Schwerfeld aus, ne? Ja, das ist das Spiel. Abbruch. Abbruch! Abbruch! Was hat denn jetzt hier? Das ist da hinten liegt er noch. Mein Gott. Gülle, bevor du schlappst. Abbruch. Abbruch. Nun komm, ey. Ja. Oh, mit einem könnte ich ja jeden Sieg holen. Ja. Das war in sechs Spiel. Natürlich jetzt zwei. Aber es wird noch besser. Aber es wird noch besser. Abbruch. Warum sagen wir auch noch. Spiel 20, andrücken. Das letzte. Ja, bitte außen los. Achso. Bitte was aufmachen. Richtig, ey. Aber das ist schlechte Technik. Sag ich erst schon mal. So ist es besser. Kommst gar nicht dran. Doch, klar. Ich nicht. Du hast noch Büppelgegen. Ich hab so Büppelgegen. Ja. Man müsste am besten über Schlag den Rab die Regeln vorher festlegen. Damit man, wenn man eine Spezialtaktik hat. Die auch nur als fünf Minuten spielt. Ja. Ja. Wird das nur 0-0 werden? Ich hab drei Versuche. Hab ich jetzt schon die Punkte oder wir hätten noch weiter gespielt? Ne. Nötiger Spiel. Boah. Glaub ich ja noch. Einfach nur. Einfach nur. Oder musst du abhacken, was ich gewählt hat? Kannst du mal auch nicht. Ja. Oh, jetzt abwechselt. Abwechselt. Boah. Ne. Schreibt mal ganz unten. Eine 1 oder 0 hin. Bei den letzten. Bei 10. Bei 10. Wenn einer trifft. Also, falls jetzt irgendeiner gewinnt. Der gewinnt hat eine 1. Was hast du denn gemacht? Wie kommst du denn da? Ohhhh. Mann. Ohhhh. Das kann dir noch Stunden so weiter gehen. Ja. Seid da mal knapper. So. Morgen. 3 Uhr in Nutsch. Knoppers. Döner. Ja. Ohhhh. Das ist ja fix. Das bringt ja auch nichts. Dann machen wir nicht einfach so lange mit einer trifft und dann gucken wir nicht. Vielleicht hätten beide dann. Dann müssen wir aufstehen. Aber die Höhe halt. So können wir das so machen. Ja eigentlich schon. Ohhhh. Oh jetzt ist er so stark. Jetzt ist der Druck da. Der Druck. Er hat sich ja über die Kante weggeblieben. Ohhhh. Ne jetzt trifft er irgendwie zu viel. Warum? Wieder und wieder weiter. Ohhhh. Aus. Aus. Oh der war da von drinnen. Ohhhh. Aus. Aus und vorbei.